Auch ich will nicht verhehlen, dass ich von dem statistischen Ergebnis enttäuscht bin und wir trotzdem allen herzlich danken, die sich eingesetzt haben und dazufügen, dass es nicht so bleibt, wie es war. Rechtlich natürlich werden wir weiter mit dem Angebot im Regionsunterricht, die nicht umbleiben, wie es war. Aber wir werden auf einen anderen Reseranzboden stoßen, denn wir haben diejenigen, die sich in der Initiative beteiligt haben mit ihrem Engagement. Sie werden sich doch hoffentlich nicht zurückziehen. Nein! Jetzt geht's los! Ich danke Ihnen, die hier sind und die Sie sonst engagiert haben. Ihnen danke ich von ganzem Herzen und ich rechne damit, dass Sie sich nicht zurückziehen, sondern sagen, wir machen weiter. Wir werden dem Regionsunterricht weiter den gebührenden Platzen der Schule zu sichern versuchen. Wir werden mit allen... Applaus Wir werden mit dem Regionsunterricht haben unabhängig von dem Ergebnis, das die heutige Entscheidung herbeigeführt hat, den Wert, für den wir eingetreten sind und dessen Bild wir auf diese Volksentscheide herbeigeführt haben, der Wert und die Würde des Regionsunterrichts bedeuten bleibt. Und wir lassen uns nicht einlegen, dass Regionsunterricht etwas nur Privates ist. Ich möchte es ein plass in den nächsten Zeitungen darauf hatten. Was ist das? Applaus Der Unterricht an den öffentlichen Schulen und nicht nur an den professionellen Schulen ist eine Wohltat für die Gesellschaft, für alle. Man muss ja nur diesen Kreis hier beobachten, um zu wissen, wie recht Christoph Lehmann damit hat, wenn er sagt, dass diese Bemühung sich gelohnt hat. Wer vor zehn Jahren vorausgesagt hätte, dass die Frage des Religionsunterrichts und seines fairen und angemessenen Ortes in der Berliner Schule zum Thema einer solchen öffentlichen Diskussion, zum Thema eines Volksbegehens und eines Volksentscheids würde, der hätte noch vor zehn Jahren ungläubiges Kopfschützen erlebt. Insofern hat sich etwas verändert in dieser Stadt und dazu hat diese Initiative sehr viel beigetragen. Wir alle haben Grund dafür dankbar zu sein. Und wer beim Beginn dieser Bemühungen vorausgesagt hätte, dass auf der Stufe des Volksbegehrens 266.000 Stimmen zustande gekommen, der hätte auch wieder ungläubiges Kopfschütteln hervorgerufen, aber genau das ist passiert. Und es ist passiert, weil so viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, so viele Menschen auf den Grenzen und vor den Gerüchten Unterschriften gesammelt haben. Das bleibt. Die Ansprechbarkeit der Menschen ist nicht verloren durch das heutige Ergebnis. Das heutige Ergebnis zeigt etwas von einem Riss, der durch diese Stadt geht bei dieser Frage. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alle in politischer Verantwortung die Aufgabe haben, diesen Riss nicht zu vertiefen, sondern einen Beitrag dazu zu leisten, dass er überwunden werden kann. Das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht, an der wir uns natürlich auch als Kirchen beteiligen müssen. Aber es ist auch eine politische Aufgabe, die mit dem heutigen Tag verbunden ist. Und diese Aufgabe muss jetzt angepackt werden. Und ich werde den Senat, ich werde die Parteien ernst nehmen mit der Aussage, sie gewährleisten durch ihren Weg mehr Werteerziehung, einen breiteren Raum für diese Themen als auf dem anderen Weg. In der jetzigen Organisationsform ist das nicht gewährleistet. Das muss man ganz klar sagen. Vielen Dank an die Initiatoren und die vielen, vielen Unterstützer dieser Kampagne. Keiner hat einen Grund dazu, den Kopf hängen zu lassen. Jeder hat einen Grund dazu, stolz zu sein auf diejenigen Menschen, die sich so eingesetzt haben. Und mit ihnen weiter auf dem Weg zu bleiben, das verspreche ich auch für meine Personen, für unsere Kirchen.